Es gibt dann halt auch Leute, die nicht so schnell sind und da dachte ich mir immer so, oh, die armen Leute, oh, was passiert? Zwei Herzen! Oh Gott, Manu! Ich bin da runtergesprungen, da war einfach nichts! Oh Gott, oh Gott, Manu! Komm runter! Ja, ja, wie soll ich denn so schnell... Du musst, du musst, komm, spring da runter, spring da runter, du überlebst das! Scheiße, scheiße, komm oder ich sterb, komm oder ich sterb! Ja, ja, ich komm, ich... Morin Nodde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom! Leute, was war in der letzten Folge los? Manuel hat etwas mit seinem Sohn getan, was... Hä, mit meinem? Jetzt siehst du das schon als bestätigt? Nee, nee, du hast etwas mit dem adoptierten Sohn gemacht, aber das möchte ich... Also, das war wirklich skandalös und... War geil! Er hat meinen Sohn entführt, er presst mich, nichtsdestotrotz benötige ich seine Hilfe, es sind hier wirklich skandalöse Zustände, gerade bei Minecraft Freedom. Nichtsdestotrotz haben wir eine Aufgabe, wir müssen den Magier-Zirkel zerstören, um Energiekerne zu sammeln, damit wir jetzt wirklich bald mal wieder den nächsten Klon haben. Manu, bist du bereit, zum Magier-Zirkel zu fliegen? Ich bin bereit! Okay, dann los geht's! Wir müssen zum Zapdos-Gefängnis. Das müsste sich irgendwie so in dieser Richtung hier befinden. Zeig ich... Oh! Da vorne war hier, glaube ich, MC Expert irgendwie Izzy gerettet oder da sind sie ja irgendwie beide gestorben. Das war schon ein bisschen skandalös. Es ist auch Nacht, das ist mir gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Bisschen dunkel. Relativ. Oh, hier ist das Schiff. Hier habe ich mal... Ach, das sind alles so... Boah, wie schnell sind wir denn? Ja, wir sind Wiesel Flink. Alte Erinnerungen. Schwimmen kann der auch, ne? Bitte? Schwimmen kann der auch, oder? Ja, das goldene Schokobo kann alles, außer ein Lava schwimmen. Das können eben nur die... Oh, hier ist das Zapdos-Gefängnis. Oh, da sind ja sogar noch ein paar Wachen. Aber euch ignorieren wir, denn östlich soll sich das Ganze befinden. Jetzt fließen wir doch mal hier hin. Unter Wasserbasis? Hallo? Nein! Hallo! Manu, kannst du doch mal ganz schnell zurückfliegen und das TNT aus der Kiste holen? Als ob ich das finden würde. Weißt du nicht, wie du wieder... Nee. Okay, dann kannst du jetzt schon alleine gehen. Jetzt hier einen ganz schnellen, ähm, so eine Timelapse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schnell das TNT und die Unterwassertränke nehmen und wieder zurück. So, Leute. TNT und Unterwasseratmungstränke sind jetzt am Start. Und da oben fliegt German Let's Pluey. Aber... Ja! Kann man auf die Wolke drauf? Welche... Oh! Oh! Hä? Oh, das Spawn Blaze! Was? Alter, gib ihm! Warum das denn? Ich hab keine Ahnung. Da unten ist... Ich sehe auch die Unterwasserbahn. Warte mal, ich steig mal ab. Krass! Hier ist ein Hühnchenhaustier. Obsidian Nugget! Meins! Meins! Gives you X! Krass, Kinder Nugget! Hey, was macht man denn damit? Das kann man einfach... Jetzt kriegst du wahrscheinlich irgendeinen Speedboost oder so. Einfach dabei haben. Ja, genau. Du musst es einfach nur im Inventar tragen. Gib dir Eier und Speedboost. Okay. Hey, und Food Weizenkörner. Ist die Basis. Ja, die brauchst du dann dafür. Oh, Alter, ist die groß. Ach, es muss aber unten in der Leiste sein. Ähm, ja, genau. Ja, Schnelligkeit 3 habe ich... Ne, 4 sogar. Krass. Was? Ja, da bin ich mal gleich gespannt, wenn ich absteige. Läufst gegen eine Wand und stößt dir den Kopf. So, warte mal. Da ist direkt ein Helikopterlandeplatz. Oh, warte mal. Da unten ist aber Carguard. Da sind irgendwelche Feuermagie. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Oh. Wie machen wir das am besten? Wie landen wir jetzt? Oh Gott, da greift er. Manu, wir müssen synchron landen, sofort absteigen und dann bezen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay. Okay, los geht's. Äh, nein. Meine Absteigtaste funktioniert nicht. Oh Gott. Ja, warte. Ich habe ihn hier runtergeschlagen. Oh, 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 oh. Ja, den krieg ich. Da muss ich drauf bleiben. Ja, doch, doch, doch. Heiße. Hier im Wasser. Ich werde immer gelöscht. Das ist richtig nice. Er macht einfach nur ganz normalen Schaden. Du Hecke. Jawohl. Und da ist er down. Da ist er down. Down. Ah ja, okay. So bist du, Baloten. Ich bin jung. Wo bin ich schnell? Alter. Hier ist der andere. Okay, warte, ich komme, ich komme. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Und er ist tot. What? Ja. Und hier ist noch einer. Warte, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Schnau ihn. Wir müssen ihn drinnen. Hör. Wir müssen ihn wie ein... Aua. Wie ein Punching Ball. Ja, er ist zu spät. Er ist... Oh. Er ist tot. Er ist tot. Hilfe. Okay, das ist nur ein bisschen Essen. Warte mal. Hier schön hinterher. Schnau ihn hinterher. Nein, Manuel. Ach so, du schwimmst mir hinterher. Ich dachte schon, du wolltest wieder den Sachen hinterher tauchen. Nee, nee, nee. Um dann wieder zu trinken. Ich schaff das. Ich bin selbst im Wasser schneller als du. Krass. Wie schnell ist man jetzt? Ich muss ihm gleich mal zeigen, wie schnell ich bin. Warte. Achte. Sieht man das? Komm mal her. Lass mal ein Wettrennen machen. Ja, ja, warte. Drei. 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 Eins. Go. Echt krass, ey. Boah. So müssen sich die Leute beim Sport fühlen, im Sportunterricht, die nicht ganz so schnell sind. Ja. Das war auch immer... Also ich muss persönlich sagen, dass ich eigentlich immer mit in den Top 3 bin. bei uns war von den schnellsten Leuten bei uns im Jahrgang. Aber es gibt dann halt auch Leute, die nicht so schnell sind. Und da dachte ich mir immer so, oh, die armen Leute. Oh, was passiert? Zwei Herzen! Oh Gott, Manu! Ich bin da runtergesprungen. Oh Gott, Mannu! Komm runter! Ja, ja, wie soll ich denn so schnell... Du musst, du musst, komm, spring da runter, spring da runter, du überlebst das. Scheiße, scheiße, komm oder ich sterb. Komm oder ich sterb. Ja, ja, ich komm ja schon. Wo, wo, wo bist du? Einfach da runter springen, in der Mitte. Ach, du Scheiße. Ich seh ihn, ich hab ihn. Oh Gott. Ah, ich seh es, ich komme. Ja, ist down. Meine Waffe ist kaputt. Das ist nicht wahr. Lauf bei dir. Was hattest du denn für eine Waffe? Hier ist eine, so eine Grasse alt. Ja, die haben keine große Haltbarkeit. Ich hab für dich eine Diamant-Axt. Ich hab das für dich, ja. Ich hab uns gehalten. Ich kann dir einen Bulwark-Burger geben. Geil, ich hab auch eine Diamant-Axt. Das Problem ist, ich hab da irgendwo, glaube ich, oben eine blöde Kiste gesehen. Aber dann müssen wir die später holen oder so. Ja. Oder meinst du? Alter, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo sind wir denn? Was ist denn hier los? Easy. Was? Oh. Feuermagier. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oskar, Alter. Ted-Team. Komm, der, der, der kassiert vor. Oskar will's wissen. Oskar will's wissen. Okay, die, die gehen ja echt noch. Wenn wir die komplett in den Nahkampf zwingen, dann sind die echt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sollten doch auch ein bisschen was, wir sollten ja ein bisschen was sprengen. Vorsichtig. Lass mal hier direkt. Komm ich zu ihm? Ah, ah. Warte, 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 ich wollte ihn in die Luft sprengen. Ja, mach, mach schnell. Ja, ja, warte, so schnell schaff ich das nicht. Hör, sieh, sieh. Drei. Pass auf. Vorsicht, Manu. Und, und, und. Pats. Oh. Oh, der wurde gelöscht. Ja, er ist tot. Nice. Easy. Hier ist auch ein Netaportal. Was? Jetzt können wir zusammen in die Hölle. Nee, warte, warte, wir kommen doch nicht wieder zurück, oder? Doch. Hä? Ich will ja nicht in die Hölle. Oder nicht. Wir brauchen Energiekerne. Aber das waren, glaube ich, eh noch nicht die, die Oberbappos. Oh, was ist denn hier? Ein Loch einfach. Hä? Kommen wir einfach rein? Was bringt der Schalter? Achso. Der macht das alles zu oder auf? Ja, warte mal, warte mal, ich muss jetzt hier irgendwie wieder raus. Ja, warte, ich helfe dir. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich komme noch nicht hoch. Mein Pet hat ein Ei abgegeben. Geilo. Manu, ich komme hier nicht raus. Ja, Pech. Hä, wie mache ich das denn? Warte mal, geht das? Ja, jetzt kannst du hoch. Ah, perfekt. Ah, easy. All right, all right. Oh, ich habe auch so übersehen einen Trank geworfen. Du hast es ja, ne? Du hast es ja. Ich habe es ja. Ich klicke immer mit Rechtsklick auf dich und dann kommt dann ein Antrag. Ja, ein Heiratsantrag. Ja, das ist eine Botschaft. Ja, was passiert denn? Warte mal, guck mal her. Ich würde auch gerne wissen, ob wir da ein Kind kriegen können. Das wäre so lustig. Ich mache dir mal einen Antrag. Guck mal, was dann bei dir passiert. Ja, du hast doch keinen Ring. Ah, okay. Ich bin already married or engaged. Achso. Ja. Oh Gott. Er merkt es. Da fahr. Er ist einfach. Alter, was ist das denn für ein? Ja klar, jetzt dreht er sich hier im Kreis. Was ist mit ihm los? Mach mal her, Frank. Alter, ich mache dich kaputt. Frank. Frank floated aber nach oben. Okay, ich gehe wieder zurück. Das ist mir. Ich töte ihn. Okay, töte du ihn mal. Du wirst bestimmt ertrinken. Ich sage es dir. Ja, ich habe ihn. Schaffst du das? Easy direkt, Alter. Easy. Sonst komme ich vorne rein. Ich gehe jetzt wieder nach da oben. Und dann hole ich mir die Kiste. Jetzt hängst du. Ach, da könnte sich die Kiste. Kannst du mal erzählen, was da überhaupt drin ist? Ja, okay. Ich habe mir einfach sinnlose Redstone-Sachen. Die war da direkt in diesem, wo du runtergefallen bist. Oh, hier ist auch eine Chest. Oh, das ist aber auch ein Typ. Alter. Ah, da, die meinst du. Okay. Frostweb-Zepter. Äh, ein Dämonenmesser und eine goldene Karotte. Oh. Ich habe Oostbucket und so ein Zepter und Frostbowl-Charge. Also so ganz viele Kälte-Zauber. Warte mal. Ich bekämpfe jetzt mal Kälte mit Kälte. Mal gucken, was. Wo bist du denn? Ich bin da immer noch in unserem alten Raum, sozusagen. Nimm das! Hä? Ja, das liegt ja... Oh, ich habe ihn eingekerkert. Das ist ja perfekt. Warte mal, jetzt kriegst du noch mal so ein Frost-Charge. Oh, oh. Das ist nicht so toll. Was ist los? Oh, fast ertrunken. Mir geht es wieder gut. Ich bin beim Portal. Junge. Gott. Oh. Ich bin denn da reinge... Ach, da hinten. Ah. Na toll. Ich habe den einen hier runtergekegelt. Der hat aber nicht mehr sonderlich viel AP. Wir haben eh seine Items. Aber ich glaube, wir müssen da eh runter. Bitte? Ach, das bist du, glaube ich, ge... Nee, scheiße. Ich bin jetzt bei den Feuermagiern. Hilfe! Wo bist du? Hilfe! Ich bin einfach weitergegangen, weil ich dachte, du wärst da. Nein, nein. Ich bin immer noch in dem ganzen Raum. Ach du Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bist du denn? Oh Gott. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich komme zu dir runter. Das ist sowieso der Gang, wo das runterführt. Boah, dein Burger ist ja mal richtig krass. Weißt du, was der macht? Hey, Absorption. Ich habe sechs Extraherzen bekommen. Ja, nice. Hey. Hey. Was geht denn hier ab? Das ist ein Giftmagier. Und irgendwo ist da so ein richtiger Babbo. Hier vorne links oder so. Warte mal, ich esse auch den Bulwark Burger. Oh, er ballert. Er ballert. Okay, okay, ich war hier auf der rechten Seite. Hier sind Betten, hier sind Betten. Nice. Oh, das haben wir völlig vergessen. Schlafen. Ja. Da war ja was. Schlafen, schlafen. Ah, ist das schön hier. Schlafen. Hä? Da kommt irgendjemand. Was? Siehst du den? Ach, da. Oh. Das ist aber ein... Bossmob. Okay, der hat 250, aber wir haben noch den... Oh Gott. Oh. Okay, ich brenne. Wir müssen den echt... Ich auch, ich auch. Oh Gott. Mobbingkreis. Mobbingkreis. Was du wegkommst? Block it. Alter, meine Herzen sind schon fast... Meine Extraherzen sind alle fast weg. Batz. Was hatte der? Ah, Energiekern. Sauber der Erste. Oh nein, mein Haustier ist leer. Ich brauche Weizenkörner. Hier nimm. Dankeschön. Sauber. Dann, was hast du noch? So. Der Erste. Toll, was ist denn da für den Müll drin? Äh, den ersten Energiekern haben wir erfolgreich abgeholt. Und ich kann Manuel wieder einen Antrag machen, das ist aber nicht möglich, weil ich mit Kate verheiratet bin. Leute, wenn ihr heute... Oh, warte, warte. Guck mal. Guck mal hier rein. Was, was, was? Eine Krone. Banditenmaske und Dämonengläfe. Ich hab Sachen. Hier, guck. Oder eine Krone. Oh, König Manuel. Alter, krasser Boy. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Uh. Alter, die sieht voll krass aus. Wie bei WoW. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Pluey vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr bereits wieder. Dann haben wir hoffentlich alle Kerne. Und ich kann wieder zurück zu Kate. Kann Manuel eine Frau besorgen, damit er endlich meinen Sohn freilässt. Leute, haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.